Gottes Schutz ist sicher, Feinde umzingelten David und wollten ihn angreifen, aber er war nicht wehrlos. Feinde umzingelten David und wollten ihn angreifen, aber er war nicht wehrlos. Er hat Gott, um ihn zu verteidigen, deshalb rief er zu Gott und sagte, Aber ich vertraue auf dich, woher? Ich sage, du bist mein Gott. Meine Zeiten sind in deiner Hand, befreie mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass dein Gesicht auf deinen Diener scheinen, rette mich um deiner Barmherzigkeit wählen. Lass mich nicht schämen, woher? Denn ich habe dich angerufen, lass die Gottlosen sich schämen, lass sie im Grab schweigen, Psalm 31, 14-17, Lektion Wir Christen behalten uns das Recht vor, Gott um Segen und Schutz zu bitten. Da wir Gottes Kinder sind, dürfen wir ihn fragen, was wir wollen. In der Zwischenzeit sollten unsere Anfragen nicht nur auf Bestimmungen beruhen, sondern auch Gott um Schutz bitten. Darüber hinaus müssen die Gläubigen Glauben üben, sobald sie gebetet haben. Gott, der seine Kinder sehr liebt, wird nicht zögern, unsere Feinde unter seinen Füßen zu segnen und zu unterwerfen. Gebet, lieber Gott, ich erkannte, dass ich der glücklichste Mensch auf Erden bin, weil ich dich als Gott habe. Deshalb bestätige ich mein Vertrauen in sie. Ich befiele allen herausfordernden Situationen, die mein Leben umgeben, mich im Namen Jesu Christi zu verbeugen. Ich betone noch einmal, dass alle unangenehmen Situationen, die mich belästigen, im Namen Jesu Christi ins Wanken geraten. Da ich ein Kind Gottes bin, habe ich die mächtige Autorität, Situationen zu befehlen, auf mich zu hören. Deshalb tadele ich Satan und befehle seinem gesamten bedrückenden Instrument, im Namen Jesu Christi verschwendet zu werden. Amen